Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittwoch, der 20. Juni 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 397. Und ich habe heute für euch die folgenden Themen mitgebracht. Post, Drohnen, Google Maps, Google Fotos, Oppo Find X, App Store Monopol, Apple Pay und Microsoft To Do. Ich beginne gleich bei den Drohnen. Die Schweizer Post, das hatte ich ja hier in der Daily schon das eine oder andere Mal, hat im letzten Jahr begonnen mit Drohnenflügen zwischen zwei Spitälern in Lugano. Für all diejenigen, die nicht in der Schweiz wohnen, das ist im südlichen Teil, im italienischen Part der Schweiz. Da verbindet die Drohne von der Schweizer Post eben zwei Spitälern, besser gesagt dessen Laboren, um Laborproben schneller hin und her zu transportieren und somit auch dann die Ergebnisse schneller zu bekommen. Vor kurzem kam da das Inselspital in Bern, das ist jener im Westen der Schweiz dazu, wo eben das auch, Labore miteinander verbunden wurden. Und neu soll jetzt dann nächstens soweit sein, zumindest wird die Post am 22. das Ganze dann ein bisschen demonstrieren und weiter informieren, auch in Zürich stattfinden. Und da soll es nämlich zwischen zwei Spitalen sein, die auf der jeweils gegenüberliegenden C-Seite liegen. Der hier ist Landen Klinik und der zweiten, die ich jetzt gerade Klinik, 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 ZL, ZL, Notfalllabor, genau das ist's. Die beiden werden miteinander verbunden, was doch eine deutliche Zeiteinsparung zum, ja, haben wird. Und ich bin schon sehr gespannt, wenn Sie damit starten werden und würde da gerne auch mal ein bisschen zuschauen, wenn Sie das Ganze mal nicht nur testen, sondern auch operativ ausführen. Das wäre sicherlich interessant. Gehen wir rüber zu Google Maps. Ein Feature, was auf Android, und besser gesagt jetzt auf iOS, schon vor knapp einem Jahr, also im letzten Sommer verloren gegangen ist, ist jetzt auch, und jetzt komme ich zurück, bei Android verloren gegangen. Eigentlich gab es mal die Möglichkeit, direkt aus der Google Maps App, nachdem ich eine Route gesucht habe oder euch eine Route habe raussuchen lassen, ein Uber zu buchen. Und das wurde jetzt eben auch bei Android entfernt. Ziemlich unschön, vor allem, da es Konkurrent Lift zum Beispiel noch drin gibt. Ich hoffe, das ist nur irgendein kleines Ding und kommt wieder zurück, denn so ist es schon sehr praktisch, wenn man zumindest in der Stadt ist, wo Uber unterstützt wird, wenn man eben, nachdem man die Route hat, auch direkt das ordern kann und nicht dann zuerst noch in die App rüber wechseln muss und von da aus buchen darf. Aber ja, mal schauen. Größen, Vergleich wahrscheinlich wieder mal. Google Fotos verbessert seine Systeme ja immer wieder und da ist ja ganz viel KI mit reingekommen. Google hat das an der Google I.O. ganz schön demonstriert. Ein weiteres neues Feature, was dazu gekommen ist, jetzt neu, ist die Paarung von ähnlichen und gleichen Bildern. Also wenn ihr Bilder am gleichen Ort aufgenommen habt, gab es ja bis jetzt schon immer so einen kleinen Kurzreise-Tipp. Wie sagt man denn? Einfach so ein Tag in XY oder ein Tag in einer anderen Ortschaft oder so weiter. Und jetzt werden eben auch ähnliche Bilder gepaart, wo ähnliche Menschen drauf sind oder die gleichen Menschen und oder auch gleiche Produkte, gleiche Dinge fotografiert wurden. Das Ganze ist natürlich ein riesengroßes Ding und Google wird da sicherlich noch viele weitere solche ähnliche Geschichten mit raushauen. Ja, die Notch hat sich so ziemlich durch viele, viele Smartphones gefressen in den letzten Monaten. Und ja, Oppo, ein chinesischer Hersteller, hat mit dem Find X es jetzt anders gelöst. Bei ihrem neuesten Telefon, was eine Screen-to-Body-Ratio von 92,25% hat, bei einer 6,4 Zoll Diagonale ist das ziemlich viel, hat keine Notch vorne und ihr seht da auch keine Kamera. Aber es ist nicht so, dass ihr damit keine Selfies oder irgendwelche Telefone und so weiter machen könnt mit der Frontkamera. Nee, ihr bekommt sogar eine 25 Megapixel Kamera geboten. Und die ist nicht irgendwie unter dem Display versteckt, sondern die wird per Befehl ausgefahren. Denn so knapp 1 cm, 1,5 cm werden nach oben geschoben, wenn ihr die Frontkamera aktiviert. Das Ganze ist ein bisschen, ja, ziemlich futuristisch und so robotermässig. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze, oder würde das Ganze gerne mal in den Finger halten und ein bisschen ausprobieren. Denn es schaut schon ein bisschen filigran aus. Und ich hoffe, dass da, wenn da mal das Teil in den Hosensack rausfährt, dass man dann da nicht hängen bleibt oder auch sonst irgendwo. Ansonsten interessante Technik und cool gelöst, um die Notch zu umgehen. Des Weiteren haben wir Neuigkeiten vom US Supreme Court, Denn die sind aktuell am Entscheiden darüber, ob Apple und später kommen da natürlich auch Google und Amazon dran, ein Monopol hat. Und zwar ein Monopol auf Apps, auf die Apps-Verteilung. Hat doch Apple jetzt gerade mit dem 10-jährigen Jubiläum bekannt gegeben, dass sie da ziemlich viel Geld in die Runde geschmissen haben für die ganzen Entwickler, selber aber auch in den letzten 10 Jahren 11 Milliarden US-Dollar eingenommen haben an Kommissionen. Und das ist dem ein oder anderen Entwickler natürlich ein Dorn im Auge und der möchte gern Mirrisch-Stores haben und so weiter. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig. Ich hoffe, das passiert nicht so und wir bleiben bei einem Store pro Gerät, weil ansonsten, ja, das wird nicht praktisch und nicht schön, denke ich. Aber ja, mal schauen, was draus wird und die Konsequenzen daraus sind. Genau. Apple Pay. Wir bleiben bei Apple. Die haben ein neues Land gestartet und zwar ist das Polen. Wer da wohnt, dürft sich darüber freuen, denn es sind da insgesamt zwei, vier, sechs, acht Banken mit dabei. Unter anderem auch zum Beispiel eine Raiffeisen. All die anderen Banken, die sagen wir nicht allzu viel, aber zumindest mal einen grösseren Namen. Damit bleibt ja die Hoffnung, dass das auch auf andere Länder übergreift, denn wir hätten ja in der Schweiz auch eine Raiffeisen. Die könnte das eigentlich einführen. Aber ja, die hat Twint und deshalb passiert das wahrscheinlich nicht so schnell. Gehen wir weiter zu der letzten Neuigkeit für den heutigen Tag. Meine Lieblings-To-Do-App, Microsoft To-Do, gibt es übrigens bald ein Review, mal endlich ein ausführliches auf dem Pogipsi.ch-Blog, hat eine neue Funktion spendiert bekommen. Und zwar unter Android könnt ihr jetzt sogenannte routinemässige Erinnerungen generieren. Das heisst, wenn ihr etwas jede Woche, jede zweite Woche, einmal pro Monat oder wie auch immer in gewissen regelmäßigen Abständen erledigen möchtet, könnt ihr das festlegen, indem ihr zum einen die Zeit festlegt, aber auch die Wochentage, an denen das passieren soll. Cooles Feature, hat es gebraucht und ja, weiter so, liebes Microsoft. In diesem Sinne, das waren es die News, die ich für heute heute habe zusammentragen können. Heute mal unter 10 Minuten wieder mal, ausnahmsweise. Und ja, ich freue mich, wenn ihr am nächsten Tag, sprich am Donnerstag, wieder reinhört. Und ja, wir hören uns. Euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Bis dann. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.